Servus Leute, Power-Pyro am Start. Wir sind heute in Pegnitz hier beim Flug-Sportverein und hier ist heute ein kleines Test schießen von Röder Feuerwerk. Unter anderem ist Catan dabei, Pyromax, PGE war auch noch dabei. Genau, vom Blackbox habe ich auch schon einige Batterien gesehen und ja, ich würde sagen, ich zeige euch gleich mal das ganze Feuerwerk. Los geht's! So, also hier schon mal die ganze Reihe, wie ihr sehen könnt. Viele Batterien, auch ein paar Raketen, ein paar Single-Shots. Ja, wie gesagt, alles schon ausgepackt, alles auch schön nummeriert, damit wir dann auch später die Liste schön abarbeiten können, auch ein bisschen bewerten können, benoten können, sagen können, was uns gefallen hat, was uns nicht so gut gefallen hat. Auf jeden Fall einige schöne Sachen dabei. Auch hier schöne Raketen von StarTrade sind die. Ja, zweieinhalb Inch. Blackbox-Batterien haben wir auch noch dabei. Genau. Ja, also seht ihr wirklich von ganz klein bis doch relativ groß. Wird auch ein bisschen Cat 3 später geschossen. Wir dürfen auch sogar, wir durften alle ein bisschen Feuerwerk selbst mitbringen. Wir dürfen auch selbst die eine oder andere Batterie zünden. Das werde ich dann natürlich auch machen. Was haben wir denn hier? Big Shots. Dicke Cat 3 Rohre. Schauen wir mal, wie viel NEM die denn haben. 38 Gramm. Sieht auf jeden Fall schmackhaft aus. Ich schütze alles mal wieder feinsäuberlich zurück. Dann hier Pyromax-Batterien, Fächerbatterien, ein Verbund. TFF. TFF, genau. Der ist auch da. Den bin ich sogar zusammen hierher gefahren. Ja, Leute. Wenn man sowas hier in der Hand hat von Fire Event. Dicke Batterie. Wiegt ordentlich was. Da geht einem das Pyroherz auf. Sowas macht Spaß. Wie ihr sehen könnt hier hinten die, wie heißt die Batterie? Red Blue Willows. Ja, das ist scheinbar der Name. Die Nummer 115, sprich 115 verschiedene Artikel werden wir heute zünden, beziehungsweise testen. Und dann schauen wir mal, was uns davon gefällt und was man vielleicht bei der nächsten Umstellung dann alles mal mitnehmen sollte. Spaß. So, aber vorher wird noch ein bisschen geunboxt hier. Wir haben gut gegessen eben. Das wird leider nicht heute Abend geschossen, aber wir unboxen es trotzdem. Oder vielleicht schießen wir da eine oder andere Batterie noch heute dran. So, was haben wir hier? Holsuse. Ich glaube, so viel Platz haben wir hier gar nicht. Das ist Peng 2 von Funke. Da sind verschiedene Heuler zu kranken. Luftheuler, Frösche. Dann die Tornado-Wirbel von Funke. Weko-Matten. Maschinen-Gun von ABBA. Wir haben nochmal Geysir-Cat-C. Da haben wir hier Knallkörper-Astronaut. 50 Stück. Jo. Ja, das meine. Das kriege ich nicht raus. Eine Funke-Batterie und das ist? PGE. PGE. Ja, Mann. Ja, Mann. So, das ist mein Teil von der Bestellung. Einmal Maschinen-Gang von ABBA. Von One-Shot oder Single-Shot. Und noch die Palm-Dreams von PGE. Und dann habe ich noch von Weko eine Volt mitgenommen. So langsam wird es dunkel. Die Pakete sind wieder eingepackt. Und dann beginnen wir gleich mit der Cheez-C. Oh, ja. Funke-Dinger, die noch übrig geblieben sind. Was hast du da denn? Die feinen Teile. Lemon Sky. Halin-Blinker. Oh, schick-schick. Das fehlt immer. Das ist die 1-2-3-Sternchen. Das ist die 1-2-3-Sternchen. Dich. Das ist die 1-2-3-Sternchen. Die Gruppe wiederum, natürlich. Von därnach wiederum. Die Fähigkeiten sind schon wiederum. Das ist die 2-3-Sternchen. Pläht. Bündel mir das nicht. Das ist die 1.4-Sternchen. Das ist die 1.4-Sternchen. Das ist die 1-4-Sternchen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020